So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Left4Dead. Wir sind wieder mal oder immer noch hier an dieser... ...ne? ...diesem Truck. Verbandszeug, wo? Cool, Verbandszeug. Der Truck sieht voll zombiesicher aus. Den nehmen wir. Ja, der sieht einigermaßen zombiesicher aus. Werfen wir den Generator an. Auch das Sound so leicht geplant. Oh, wir sind aufs Dach. Da will ich auch. Weg, weg, weg. Könnt ihr mich irgendjemand unterstützen? Danke. So, da noch eins hin. Francis hat Puma... Äh, hat Jackie geheilt. Okay. Und, äh... Wieder einer von meinen Spinnern holt? Ich hab' er gleich. Ich hab' er hier. Ich hab' er. Gesang! Ey, ey bei mir. Ja, ist gerade eigentlich nur geballert. Was könnte man hierzu noch groß sagen? Boomer-Alarm. Gerade nix los, ne? Tank. Das erklärt die Rune. Oh, nein. Hier ist immer gut. Hier, kannst du haben. Ich gehe wieder hoch. Ach doch, jetzt mal so nach 50 HP. Hey, ich denke, das Ding locker 10 Sekunden auf ihm gesessen hat, die Spiele. Benutzlosen Spinner. Klinge, ja. Das ist halt ein Computergegnern-Spinner. Äh, 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 verbündet. Die nehmen sich zwar manchmal nicht mehr, ne, aber... Ja, offiziell verbündet. Tue mal. Ja, du kannst hier keine bessere Situation aussuchen. Natürlich muss ich den genauer in der Stadt. Natürlich muss ich den genauer in der Stadt. Mach. Das ist doch selber. Los, mach schon. Los, 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 jetzt. Kackzing, los jetzt. Ich bin ja, ich stürm. Ich weiß nicht, wieso. Das weiß ich nicht, wieso ich das letzte Rune nicht bekomme, aber ich habe gekauft. Ich bin ja, ich bin ja. Er ist unten! Nein! Er bringt dich auf! Komm mit! Halt still dich! Halt still dich! Wie werdet ihr beide so freundlich und würdet einsteigen hier? Tank hebt drüber auch. Und erschütterlich. Ich hab keine Ahnung, wofür ich diese Folge bekomme. Aber ich find's gut, dass wir... ...das letztes Mal noch abgebrochen haben. Weil, ganz ehrlich... Ne? Das waren jetzt gut 6 Minuten. Sagen wir mal... Gut, sagen wir 5. Jetzt ist es gerade auf 6 umgesprochen. Egal. Das Tor zur Hölle wurde aufgestoßen. Diese 4 machen es wieder zu. Ich hab diesmal random Charakter. Das gefällt mir nicht. Ähm... Und ich hab letztes Mal schon gut überzogen. Das Militär soll sich in Riverside aufhalten. Wenn keiner einen besseren Plan hat, sollten wir dorthin. Also gut, legen wir los! Genau, diesmal gibt's sofort richtige Ausrüstung. C. Ähm... Hitbox ist nicht vorhanden oder so. Ja? Ja, wie gut das Leute Schmutzwind dabei haben. Ist der Smoker jetzt down oder nicht? Sch... Schätze mal eher nicht. Die Brücke kommt natürlich auch nicht infrage. Oh, ihr habt das jetzt geschafft, dieses Auto kaputt zu fahren. Ist da noch... Trimmer von? Ähm... Ne, der Smoker war nicht... Ah ja. Irgendem Grund seid ihr irgendwann in einen... Zellauto umgestiegen. Und dann runter. Sieht aus, als kämen wir auf der anderen Seite wieder hoch. Jetzt lasst du nur mal rum. Na wo ist denn welchen hin? Was soll das? Nein. Aber wo ist Kugli? Jetzt ist dein. An diesem Weg hier erinnere ich mich gar nicht. Ich habe das ja schon mal gespielt, aber im Stream sind wir nicht so weit gekommen und mein Durchlauf ist schon 3-4 Jahre her. Oh. Uma getötet. Richtig. Natürlich wieder in die Aufrufskussion in die Nachlage aus. Jetzt aber auch. Mit dem Rennstürmen ist immer noch keine gute Idee. Meins? Ich mag Benzintanks. Hier gibt's Waffen! Ja. Deswegen musst du nicht den Benzintank wegschmeißen. Sie ist nicht zweihiam. Nein. Also wir haben noch eine ganz gute Erhöhung auf den Weg. Aber ich bin da gar nicht zu sehen. Und wenn ich dich dann. Jetzt bist du nicht zufrieden. Ich bin da nicht zufrieden. Ich bin da nicht zufrieden. Aber ich bin auf die Ruhe. Da ist er. Ja klar, ich schieß den runter bis er nur noch einen Hit braucht und macht jemand anders den Schuss. Ich muss echt mehr aufpassen, wenn ich nachlade, wenn nicht. Dank. Mal kam die Rettung her. So, das ist sogar was gebracht. Ich weiß nicht was ihr hier vorhabt, ich gehe rückwärts. Jetzt noch ein guter Tank. Unten brennt alles, lasst die Zombies erstmal abwackeln. Boomer boomt. Schön haben sich beide Tanks genommen. Da drüben. Das ging noch mal schön schön. Ich nehme die Pillen. Wo kommt? Komm. Ja, das tut weh, aber verdient hast du. Was rennt ihr denn so? Beziehung was umsonst? Ah, Safety. Sehr schön, wir haben jetzt acht Minuten für den... Weg bis hier gebraucht. Dann benutze ich doch einfach mal das Midi-Pack auf mir. Weil... Vom Runden liegen werden sie auch nicht besser. 91, dann... Mach mal los. Bill Francis da oben. Halt still, ich helfe dir. Ja, komm. Halt still, ich helfe dir. Danke, du hast was gut gemacht. Hm, er oder ich? Ich. Halt still. Halt still. Ich bin sowieso immer hinten, er schießt ziemlich gut. Aber diese weiblichen Zombies sehen alle so weiblich aus. Das ist gemein. Warum tut man so was? Hm. Und jetzt, wo wir den Massenandrang da vorne beseitigt haben, können wir auch raus. Oh, so viel da drin. Oh, so viel da drin. Ich hab keine Ahnung, wo viel lang müssen. Ich hab keine Ahnung, wo viel lang müssen. Sehr gut, dann runter. Sehr gut, dann runter. Ich hab keine Ahnung. Nicht den Kopf verlieren. Ein lustiger Schmuck, wenn meine Gegner immer in den Kopf schießt. Achso, der ist schon tot. Ach du mal nach, ich bring hier weiter Sachen zum Platzen. Tank knurrt. Sachen, die man nicht hören möchte. Oh Gott. Wir wissen immer noch nicht, wo der Tank ist. Umar, Smoker, Tank. Okay, da ist ein Hauptteil der Gegner. Ja, die Formel lag echt scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass die an dem Train geht, aber dann auch gleich. Ja, bald. Ich glaube, er tut sich scheinbar. Hier in dem Gitter ist er. Das ist schon doof. Und damit ist die Folge offiziell zu Ende. Ja, das ist ein Tank. Ja, das ist ein Tank. Sehr gut, ich bin nicht so übergegangen. Ich brauche keine Munition. Da. Ja. Da. Ach, da. 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 Vorsicht! Ich lade nach. Lade nach! Klingt wie eine Witch. Lampen aus. Ha, das sieht gefährlich aus. Flashlights aus, okay. Was meint ihr denn, dass ihr diesmal schafft, keinen Alarm auszulösen? Nein! 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 Von hier kommen wir. Das hat uns nichts gemacht. Dann geht es also hier draußen weiter. Nein! Könnte bitte irgendjemand. Geht hier nur so sicher aus, weil es hier so sicher ist. So, das war's dann erstmal. Ich würde mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!